Kryptowährungen sind komplett gerade am crashen. Was passiert hier gerade? Ja, wie kannst du dich schützen? Das jetzt einmal in diesem Video. Ja, hi und herzlich willkommen jetzt hier zu diesem wichtigen Update. Ja, Kryptowährungen sind komplett am fallen. Was ist wichtig? Was ist für dich essentiell wichtig, wenn du jetzt Kryptowährungen handelst? Das möchte ich jetzt mit dir einmal kurz halt auch in diesem Video halt auch besprechen. Ja, und mir fällt das einfach gerade extrem auf. Auf den Social Media Kanälen, ja, auf YouTube, auf Twitter geht es gerade so richtig halt auch ab, ja, weil Bitcoin um 6,17 Prozent hier unten gefallen ist. Und wenn man einfach nicht versteht, wie Angst und Gier funktioniert, dann ist das sehr, sehr, sehr gefährlich auch für dich, ja, gerade in diesem Kryptospace, da es einfach extrem volatil ist. Ja, und super viele Influencer werden das Ganze immer wieder für sich auch benutzen, um auch mehr Reichweite zu generieren, ja, um die Aufmerksamkeit zu generieren. Was ist mein nächster Schritt? Und davor musst du dich auch grundlegend schützen, ja, weil Kryptowährungen sind nun mal extrem krass volatil. Und genau deswegen ziehen auch solche Nachrichten wie, oh mein Gott, Bitcoin ist am Dumpen, ja, was passiert hier gerade? Aber wenn man dann mal ein bisschen zurückschaut, ja, ein bisschen mal die Perspektive erweitert, ja, und dann die Timeframes auch erhöht, ja, nicht mehr in diesem 3-Minuten-Timeframe, 1-Minuten-Timeframe unterwegs ist, sondern mal ein bisschen so auf ein Stundenzeitfenster geht, ja, dann sieht das Ganze nämlich ganz anders aus. Es ist immer wichtig, den richtigen Blickwinkel zu betrachten. Und genau hier ist es halt wichtig, dass hier so kleine Bewegungen wie, ja, 6,17 Prozent, das ist schon eine große Bewegung, keine Frage. Wir machen genau solche Bewegungen auch hoch zwischen 6,9 Prozent, auch in derselben Minute, Sekunde, ja. Also das ist komplett normal, dass wenn wir einfach Volatilitäten halt haben, dass Bitcoin extrem stark rauf und runter geht. Und genau aus diesen Schwankungen kann man natürlich stark profitieren mit kurzfristigen Einstiegen. Aber da ist es wichtig, auch einen kühlen Kopf zu bewahren und nicht sich in Panik oder in Gier oder in Angst zu verfallen, ja, und dann halt emotionale Entscheidungen zu tätigen. Das Wichtigste im Trading, Leute, ist es einfach, ein sauberes Setup zu haben. Risikomanagement und Trade-Management, so viele Leute schaffen es nicht, Trades länger zu halten. Oder sich, schweige denn mal, überhaupt an den Trading-Plan zu halten. Und genau das ist ein extrem großer Fehler, ja, weil von diesen ganzen Schwankungen auch hier runter, auch wieder 6 Prozent, ja. Oder hier auch mal rauf um 14 Prozent. Da kannst du kontinuierlich profitieren. Und das ist jetzt das Stundenzeitfenster, ja. Und du siehst hier selber, ja, das ist halt hier auch ein extrem krasser Abverkauf gewesen natürlich. Okay, das war jetzt natürlich auch ein Crash gewesen, was auch mal bei Kryptowährungen dazugehört, weil die Volatilität einfach auch extrem verrückt spielt. Aber du selber musst immer einen kühlen Kopf bewahren, dich nicht irgendwie auf Fallen hineinbegeben von irgendwelchen Influencern oder Sonstiges, ja, die dann halt so eine FOMO auslösen, so 4 of missing out, ja, dass du halt jetzt unbedingt kaufen musst oder dass du jetzt unbedingt verkaufen solltest. Nein. Wichtig ist einfach, du brauchst einfach nur eine saubere Trading-Strategie, ein sauberes Setup und dann musst du einfach nur den Fokus auf dich selber behalten. Du brauchst niemanden, der dir sagt, wann du rein oder raus gehen solltest, ja. Das Einzige, wo du mal jemanden brauchst, ist für dein eigenes Setup, für dein Risikomanagement, für dein Trade-Management, damit du das in den Griff bekommst, ja. Das ist nämlich entscheidend, weil kein Indikator der Welt und dazu meine ich auch, ein Influencer schafft es oder kann dir das Ganze zeigen, wann du rein oder raus gehen solltest. Du musst immer eigenständige Entscheidungen treffen und das musst du lernen. Dann kannst du natürlich von diesen Schwankungen, ja, auch hier in diesen kurzen Timestamps hier, ne, von diesen zum Beispiel 0,6 Prozent, dank des Hebeltradings kannst du auch hier 6,8 Prozent Gewinne mitnehmen oder auch Verluste natürlich mitnehmen. Wichtig ist einfach, ein sauberes Trade-Management haben, dich nicht auf Irrtenwäsche fallen, hier hineinbegeben und wichtig ist einfach, dass du einfach auch lernst, von diesen Schwankungen natürlich zu profitieren. Und wenn wir jetzt nochmal die Blickwinkel nochmal ein bisschen besser betrachten, dann haben wir natürlich auch immer einen sehr, sehr smarten Part natürlich, ja, wenn wir jetzt hier einmal bei Bitcoin auch einmal reinschauen, wie du es halt auch schaffst, einfach ganz smart zu bleiben, keine crazy Entscheidungen zu treffen, dann kannst du natürlich immer gewisse Lines halt auch einzeichnen, die halt auch sehr entscheidend halt natürlich halt auch sind, die wahrscheinlich auch immer abgeholt werden. Wenn ich das jetzt hier mal kurz lösche, dann siehst du auch einfach halt hier diesen Pump haben wir auch sehr gut mitgenommen. Ja, ich kann dir gerade nur mal sagen, dass wir halt auch alles, was hier in diesem Bereich war, ja, dass wir hier die ganze Zeit gekauft haben, fast gefühlt jeden Tag, ja, also meine Schüler und auch ich, na, da war unsere Kaufzone einfach und wir haben es einfach halt auch, ja, ohne FOMO, ohne Angst, ohne Gier, sind ja einfach kontinuierlich reingegangen, wir haben einfach Geduld, weil das ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg, auch im Trading, ja. Wenn du keine Geduld hast, dann wirst du am Ende gefressen, ja, weil das Geld fließt immer von den Ungeduldigen zu den Geduldigen. Das ist einfach eine Weisheit und eine Regel an der Börse, die immer wieder Fakt ist, ja. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig, ja, und wir haben jetzt natürlich halt hier knapp über, ja, 40% halt natürlich auch gemacht, nur mit dem Spot-Markt-Trading, ja. Also heißt einfach nur, dass du US-Dollars gegen Bitcoin beispielsweise tauscht und da natürlich eine mega krasse Schwankung natürlich mitnehmen kannst. Zusätzlich haben wir natürlich aber auch nochmal Future-Position aufgemacht, heißt also mit einem gewissen Hebel-Trading, dass du hier einmal auch zum Beispiel mit einem 10er-Hebel dann 440% einmal mitgenommen hättest. Wir haben auch hohe Prozente mitgenommen, wir haben aber auch hier natürlich an dieser Zone ungefähr halt auch gut realisiert. Wir haben auch sehr gute Prozente mitgenommen, ja, also einfach eine Kommastelle erweitern und das ist auch das Einzige, was du brauchst, ja. Prozent rechnen reicht vollkommen aus, wenn du den Dreisatz auch beherrschst, ja, das ist wirklich ein Werkzeug, was du im Trading halt auch brauchst. Gott sei Dank und das Ganze kannst du dir auch, Gott sei Dank, auch selber beibringen, wenn du aber selber da natürlich halt auch Hilfe halt auch benötigst, ja. Was ich absolut nachvollziehen kann, ja. Ich habe selber halt auch diesen ganzen Blödsinn auch schon durchgemacht, ja. Ich habe eigentlich wirklich jeden Fehler durchgemacht, den man an der Börse machen kann im Trading, aktiv im Trading. Und deswegen weiß ich auch ganz genau, wovon ich halt auch spreche. Man kann das Ganze sich natürlich auch mit System auch beibringen, aber wirklich der Schlüssel zum Erfolg ist einfach auch geduldig sein, ein Trade-Management haben und ein Risiko-Management haben, weil das ist wirklich entscheidend, halt auch beim Trading. Ja, wenn du das nicht beherrschst, dann ist wirklich Hoffnung und Miles komplett verloren. Und wenn du immer noch auf Influencer hörst, ja, wann du reingehst oder rausgehst oder allgemein Öltenwäsche, Signalbuden, das funktioniert langfristig nicht. Du musst lernen, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Und genau deswegen haben wir auch jeden Tag tägliche Live-Calls bei uns im Mentoring-Programm. Und wenn das Ganze auch für dich interessant ist, ja, wenn du selber halt auch sagst, hey, du bist an dem Punkt, ja, ich mache immer wieder Verluste oder der Markt dribbelt mich aus oder hast einfach nur mal Glück gehabt und versuchst gerade mit dem Trading und merkst einfach, du hast da Probleme. Ja, dann komm einfach ruhig zu uns. Ja, wir sind die größte Bildungseinrichtung für Trading und für Kryptowährungen grundsätzlich, ja, um dir das natürlich halt auch näher zu bringen. Wir haben eine geile Community, eine richtig geile Community. Deswegen haben wir auch so viele Live-Calls und das ist ein extrem großer Mehrwert. Auch ein untereinander Austausch, auch im Discord, sowas haben wir halt natürlich halt auch, damit du einfach klare Entscheidungen treffen kannst. Und auch am Ende unter Gleichgesinnten bist und da natürlich halt auch nochmal eine sehr coole Community mit einer Hand hast, falls du auch mal Unsicherheiten halt auch hast, dass du auch mal den einen oder anderen fragen kannst. Wenn das Ganze für dich interessant ist, dann trag dich mal auf ein kostenloses Erstgespräch ein. Ja, es ist immer noch komplett kostenlos, ja. Das ist immer ganz wichtig. Da entscheiden wir einfach, was für dich am optimalsten auch ist. Ja, und dann werden wir dir natürlich auch bestmöglich da schon auch weiterhelfen. Kann nämlich auch sein, dass eine Zusammenarbeit noch gar nicht in Frage kommt, dass du halt noch andere, ja, Schwellen natürlich halt auch überwinden musst erstmal, beziehungsweise auch erarbeiten musst. Und danach macht auf jeden Fall eine Zusammenarbeit Sinn, wenn das Ganze auf jeden Fall interessant ist für dich. Und wenn du das mal herausfinden möchtest, ob das überhaupt für dich auch ist, ja, ob das geeignet für dich ist, dann trag dich mal für ein kostenloses Erstgespräch hier unten unter diesem Video auch ein. Und wenn du selber jetzt an dem Punkt auch bist und dachtest so, okay, für mich ist es vielleicht nichts, aber es ist was für einen guten Freund oder Kollegen, weil der mir immer so einen YouTuber schickt, ja, mit neu, ja, das schießt to the moon, das fällt runter, ja, dann kannst du eben auch ganz gerne mal dieses Video hier auch weiterleiten, damit da ein bisschen mehr Klarheit auch herrscht, ja, dass man weiß, worauf es wirklich halt auch ankommt im Trading, ja, dass du nicht auf irgendwelche Pump in Dumpster reinfällst oder rhythmische Verluste da schon in Kauf nehmen musstest. Das ist wichtig, du musstest dein Kapital schützen. Das funktioniert auch sehr gut im Cryptospace. Wichtig ist einfach da, dass du einfach die Basics grundfundamental erst mal lernen musst und danach Step by Step einfach weitergehen musst. Deswegen tage ich ganz gerne mal für ein kostenloses Erstgespräch ein oder dein Freund, Bekannter, wie auch immer. Ja, das auch nochmal sehr gut. Und ja, ich würde sagen, wir uns dann zum nächsten Video.